Ich heiße Amanda. Wie heißt du? Ich heiße Mario. Ich heiße David. Mein Name ist Nina. Wie heißt du? Ich heiße Nina. Mein Name ist Nina. Guten Tag. Mein Name ist Fabio Arnold. Hallo. Ich heiße Martha. Hallo. Ich heiße Emma. Guten Tag. Ich heiße Paul Schmidt. Guten Tag. Wie heißen Sie? Guten Tag. Mein Name ist Decker. Martha Decker. Hallo. Wie heißt du? Mein Name ist Fabio. Hallo. Hi. Wie heißt du? Hi. Ich heiße Martha. Hallo. Ich heiße Nina. Und wie heißt du? Hallo, Nina. Ich heiße Emilia. Guten Tag. Ich heiße Nina Evans. Und wie heißen Sie? Guten Tag, Frau Evans. Mein Name ist Emilia Lorenz. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Guten Tag, Frau Decker. Das ist Herr Kopp. Guten Tag, Herr Kopp. Guten Tag. Hallo, Martha. Das ist Fabio. Hallo, Fabio. Hallo, Martha. Guten Tag. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Arnold. Fabio Arnold. Wie bitte? Arnold. Ich buchstabiere. A-R-N-O-L-D. Danke. Bitte. Hallo, wie heißt du? Morgan. Wie bitte? Morgan. M-O-R-G-A-N. Und du? Ich heiße Laura. Entschuldigung. Wie heißt du? Ich buchstabiere. Wie bitte? Und du? Danke. Bitte. Hallo. Ich bin Fabio. Ich komme aus Italien. Aber ich wohne in Berlin. Und das hier ist Paul. Er wohnt in Potsdam. Hallo. Hi. Ich heiße Emma. Ich wohne auch in Berlin. Und das ist Martha. Sie kommt aus Spanien. Hallo, hallo. Du, Laura. Das ist Daniel. Hallo, Daniel. Woher kommst du? Aus der Schweiz. Und ich wohne in München. Und du? Ich komme aus Italien. Aus Rom. Und das ist Herr Gibson. Guten Tag. Ich heiße Laura. Laura Paoletti. Woher kommen Sie, Herr Gibson? Aus England. Und wo wohnen Sie? In Berlin. Du, wer ist das? Das ist doch … Na, wie heißt der Modi-Designer aus Paris? Nein. Das ist doch ein Trainer. Ein Trainer? Und woher kommt er? Aus Deutschland. Das ist doch Jogi Löw, der Fußballtrainer. Ah. Hallo, hier ist Tom. Ist Emma da? Hallo, Tom. Nein. Möchtest du die Handynummer? Ja, bitte. Das ist die 0160 960 223 607. Danke. Und die E-Mail-Adresse? Emma at web.de. Danke. Tschüss. Herzlich willkommen. Hatten Sie einen guten Flug? Ja, vielen Dank. Kaffee? Tee? Was … Ah, Sie kennen sich, ja? Ja. Guten Morgen, Frau Lorenz. Wie geht es Ihnen? Grüß Sie, Frau Evans. Danke, gut. Und Ihnen? Ist das deine Familie? Zeig mal. Ja, klar. Hier. Ah. Sind das deine Geschwister? Ja. Hier ist meine Schwester, Antonia. Und das ist mein Bruder. Er heißt Clemens. Wie? Clemens. Wie? Clemens. Ah. Und hier meine Eltern. Mein Vater, Rolf. Und das … ist das deine Mutter? Ja, klar. Meine Mutter, Rosa. Okay. Und das sind dann deine Großeltern? Ja, genau. Das sind meine Großeltern. Hier meine Großmutter, Johanna. Und das hier ist Ernst, mein Großvater. Wie heißt dein Großvater? Ernst. Aha, okay. Und das da? Ist das deine Katze? Ja, das ist meine Katze. Sie heißt Coco. Und hier, das ist mein Pony. Es heißt Lucy. Hallo, Sophie. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Sehr gut. Guten Morgen, Herr Rau. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Und Ihnen? Danke, gut. Sehr gut. Hallo, Emma. Wie geht's? Und Ihnen? Und dir? Danke, gut. Sehr gut. Hallo, Emma. Wie geht's? Es geht. Und dir? Na ja, so lala. Na, was ist denn das? Ein Hund. Nein, das ist doch kein Hund. Hm. Eine Katze? Ja. Sind Sie Herr Meier? Nein, mein Name ist Rau. Oh, Entschuldigung. Sind Sie Frau Simon? Nein, mein Name ist Klein. Oh, Entschuldigung. So, jetzt lesen wir noch einen kleinen Text im Kursbuch. Also, geht bitte auf Seite 52. Und ihr lest bitte in Gruppen, ja? Gruppe 1. Guten Abend. Hier bitte. Zwei Pizzas und zwei Bier. Das macht dann 26 Euro, bitte. Vielen Dank. Und guten Appetit. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zur Ziehung der Lottozahlen aus Berlin. Und los geht's. Da haben wir die 7. Ja, liebe Zuschauer, die 7. Und? Da kommt sie. Die 36. Sehr schön, meine Damen und Herren. Die 36. Und weiter geht's mit der 22. Und da kommt nun, ja, die 19. Die 19. Liebe Zuschauer, und hier? Wow, die 40. Und last but not least, die 49. Guten Morgen. Ihr Air Berlin Flug 435 nach Palma ist nun am Gate 21 für Sie zum Einsteigen bereit. Wir bitten Sie, Ihre Bordkarten am Ausgang bereit zu halten. Im Namen von Air Berlin und Airport Nürnberg wünschen wir Ihnen einen angenehmen Flug. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Du, wie alt ist denn Marta jetzt? 24, glaube ich. Wirklich? Und Fabio? Fabio, ich weiß nicht. 22? Ja, ja, er ist 22. Wie alt ist dein Mann? 31. Und deine Schwester? 27. Er ist Friseur. Sie ist Architektin. Fabio. Seine Familie kommt aus Italien. Sein Kollege heißt Julian. Und seine Chefin heißt Brigitte. Musik ist sein Hobby. Marta. Ihre Familie kommt aus Spanien. Ihr Chef heißt Franz. Yoga und Fußball sind ihre Hobbys. Obst und Gemüse. Hm. Und was essen die Deutschen so? Ja, sieh mal hier. Die Website vegan und fit. Die Top 3. Ah. Also. Platz 1 die Banane, 2 die Orange und 3 der Apfel. Und Gemüse? Die Kartoffel Platz 1, dann 2 die Tomate und 3 die Möhre. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Zitrone. Und wie schreibt man das? Z-i-t-r-o-n-e. Noch einmal, bitte. Z-i-t-r-o-n-e. Zitrone. Danke. Bitte. Wie heißt das auf Deutsch? Wie schreibt man das? Noch einmal, bitte. Danke. Bitte. Du, Martha, ich gehe einkaufen. Isst du gerne Fisch? Ja, sehr. Und ich esse gerne Salat. Tomaten, Möhren, du weißt schon. Warte, ich mache eine Liste. Ein Kilo Tomaten und ein Kilo Möhren. Haben wir Öl? Moment. Ja, Öl ist noch da. Aber wir brauchen Milch. Gut, Milch, 2 Liter. Was noch? 6 Eier und eine Flasche Orangensaft. Alles klar. Und Käse, bitte. 100 Gramm. Okay. Aufgabe 4 Was isst du denn gerne? Salat. Und was trinkst du gerne? Isst du gerne Salat? Ja. Trinkst du gerne Tee? Nein. Hallo. Und wie heißt du? Hallo. Ich bin die Hanna. Aber du isst doch Fleisch, oder? Nein. Ich esse nie Fleisch. Ich bin Vegetarierin und liebe Tiere. Mein Vater isst Fleisch. Meine Mutter manchmal auch. Und wir essen alle gerne Gemüse und Obst. Hallo. Ah, Sie verkaufen Fleisch. Und essen Sie auch Fleisch? Ja, klar. Fleisch ist gut und gesund. Ja, wir essen oft und gerne Fleisch. Hallo. Super T-Shirt. Meat-Free Mondays? Ja. Also, wir essen manchmal Fleisch. Aber montags nie. Ah, Sie kommen gerade aus dem Fitnessstudio, ja? Sagen Sie mal bitte, essen Sie denn nur Gemüse oder auch mal Fleisch? Also, ich mache viel Sport und ich brauche Fleisch. Ja, wir essen immer Fleisch. Hallo, Paul. Wie geht's? Hallo, Emma. Danke. Gut. Und dir? Sehr gut. Danke. Du, Paul, Anna und ich kochen heute. Kommst du? Ja, klar. Super. Und was kocht ihr so? Lasagne. Und wir machen Salat. Lasagne. Super. Mit Fleisch? Nein, vegetarisch. Okay. Also, ich gehe jetzt sowieso einkaufen. Was braucht ihr denn für den Salat? Tomaten? Nein, nein. Wir haben Tomaten. Aber wir brauchen noch Öl. Und für die Lasagne? Also, wir haben Milch, Paprika, Möhren und Tomaten. Aber wir brauchen Käse. Okay. Also dann. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Hallo, Julia. Willkommen bei Digital TV. Wie geht's denn so? Danke. Sehr gut. Schön hier bei dir. Du machst eine super Show. Danke. Sag mal, Julia. Du bist Köchin. Du hast ein Restaurant in Hamburg. Und du hast eine Kochshow bei Sky. Ja. Und viel, viel Arbeit. Klar. Sag mal, Farben und Essen. Das ist doch dein Thema. Also, verstehe ich das richtig? Farben im Essen sind wichtig, ja? Ja, sehr. Sie machen glücklich. Ich gebe viele Farben ins Essen. Rot, gelb, orange oder grün. Ich esse gerne Salat und viel Gemüse. Tomaten, Möhren, Paprika. Und Obst? Ja, auch Obst hat super Farben. Orangen, Äpfel, Bananen. Und ich liebe Obstsalat. Tja, also Obst und Gemüse machen gesund und glücklich. Danke, Julia. Hallo und willkommen in der Toastshow. Hier ist Mike. Und wir sprechen übers Frühstück. Und da ist schon unser erster Anrufer. Er heißt Daniel. Hallo. Hallo, Daniel. Wie geht's? Danke, super. Ich bin hier in Berlin bei Freunden. Und wir frühstücken. Und was? Typisch deutsch. Kaffee, Brot, Brötchen, Eier, Wurst, Schinken und Käse. Wow. Frühstückt ihr immer so? Nein, also normal trinke ich nur Kaffee. Manchmal esse ich ein Brötchen mit Butter und Marmelade. Danke, Daniel. Hallo. Ah, eine Dame am Telefon. Die Emilia aus Zürich. Hallo, Emilia. Frühstück in der Schweiz. Immer Müsli oder was? Hallo, Mike. Ja, ich esse ein Müsli mit Milch und Obst. So frühstücke ich oft. Oder Milchkaffee und ein Croissant mit Marmelade und Honig. Mh, super. Danke, Emilia. Und hier ist Lorenz aus Wien. Hi, Lorenz. Wie geht's? Sehr gut. Danke. Was machst du? Frühstückst du? Ja, ich trinke Tee und esse Toast. Ja, ich esse gerne Toast mit Butter und Orangenmarmelade. Aha, ist das typisch? Tee und Toast? Nein. Also, die Österreicher essen gerne Butter, Brot und Marmelade und trinken Kaffee. Ich trinke oft Kaffee zum Frühstück. Und du? Tee mit Milch oder Zitrone. Und was isst du? Toast mit Marmelade. Mh, das schmeckt mir. Guten Tag. Guten Tag. Was kosten die Hähnchen? Acht Euro, neunundneunzig das Stück. Oh, das ist aber teuer. Okay. Ich gebe Ihnen zwei für, sagen wir, fünfzehn Euro. Nein, nein. Danke. Das ist wirklich zu teuer. Ähm, und wie viel kosten die Eier? Sechs Stück, zwei Euro vierzig. Gut. Dann sechs Stück, bitte. Grüß Sie. Entschuldigen Sie, was kosten denn die Kartoffeln? Hallo, grüß Sie. Ein Kilo kostet zwei Euro neunundzwanzig. Okay, dann nehme ich zwei Kilo, bitte. Hallo, guten Tag. Sagen Sie, wie viel kostet denn der Wein? Guten Tag, der Wein? Fünf Euro neunundneunzig. Gut, dann nehme ich zwei Flaschen. Hier, bitte. Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gehst du einkaufen? Wir brauchen Tomaten. Wie viel? Kauf ein Kilo, bitte. Hallo, Herr Fröhlich. Wie geht's? Gut, sehr gut. Immer fit. Sagen Sie, Herr Fröhlich, was ist Ihr Tipp? Ja, mein Tipp ist Sport machen, gesund essen und der Regenbogen. Wie bitte? Der Regenbogen, die Farben rot, orange, gelb, grün und blau. Okay. Ja, essen Sie viel Obst. Bananen, Orangen, Äpfel, alle Farben. Aha. Und machen Sie Salate und Gemüse. Kochen Sie Gemüse, Brokkoli und Möhren. Farben essen. Das ist mein Tipp. Toll. Und Fleisch? Wenig, wenig Butter und keine Pommes. Und trinken Sie viel. Wasser, Tee und Säfte. Eins. Was kosten die Eier? Sechs Eier kosten 1,99 Euro. Zwei. Und 100 Gramm Schinken kosten? 2,99 Euro. Drei. Entschuldigen Sie, was kostet ein Kilo Äpfel? Heute nur 1,99 Euro. Vier. Und die Milch, was kostet die? Ein Liter kostet 1,29 Euro. Hallo. Ich heiße Paul. Ich bin 28. Ich bin IT-Ingenieur, aber ich arbeite als Koch. Mein Status bei WhatsApp? Hey, ich arbeite als Koch. Hi, ich bin Martha. Ich bin 26 und arbeite als Architektin. Mein Status? Happy. Ich arbeite nicht. Mein Name ist Sarah. Ich bin 30 und Managerin bei Macrosoft. Mein Status? Hurra! Ich habe einen Job. Ich heiße Emma und bin Studentin. Ich studiere Psychologie in Berlin. Hey da, ich lerne. Das ist mein Status bei WhatsApp. Hallo. Ich bin Fabio. Mein Job? Ich bin Friseur. Und mein Status? Tschüss. Ich schlafe. Bis morgen. Hallo. Hallo. Bin die Aileen. Und ich bin Polizistin. Mein Status? Ich brauche eine Pause. Hallo. Ich heiße Paul. Ich bin 28. Ich bin IT-Ingenieur, aber ich arbeite als Koch. Mein Status bei WhatsApp? Hey, ich arbeite als Koch. Hi, ich bin Martha. Ich bin 26 und arbeite als Architektin. Mein Status? Happy. Ich arbeite nicht. Ich heiße Emma und bin Studentin. Ich studiere Psychologie in Berlin. Hey da, ich lerne. Das ist mein Status bei WhatsApp. Hallo. Ich bin Fabio. Mein Job? Ich bin Friseur. Und mein Status? Tschüss. Ich schlafe. Bis morgen. Ist das Paul? Nein. Das ist doch nicht Paul. Das ist Fabio. Ist das Emma? Nein. Das ist doch nicht Emma. Das ist Martha. Ist das Fabio? Nein. Das ist doch nicht Fabio. Das ist Paul. Willkommen bei Neon TV und der Sendung Berufe Spezial. Wir senden heute aus Berlin und haben einen Gast. Hallo Paul. Wie geht's? Danke. Gut. Sag mal, Paul, was bist du denn von Beruf? Also, ich bin IT-Ingenieur. Aha. Ja. Aber ich arbeite nicht als Ingenieur. Und was machst du so? Ich arbeite als Koch und koche für Kindergärten. Für Kindergärten? Ja. Ich koche Bio-Essen für 400 Kinder. Ich bin selbstständig. Meine Firma heißt Bio-Bambini und ist hier in Berlin. Toll. Und was sagen die Kinder? Naja. Die Kinder hier in Deutschland essen ja nicht gesund. Leider. Sie kennen oft nur Fastfood. Pommes, Pizza, Hamburger und so. Und gesund essen ist so wichtig. Guten Morgen. Mein Name ist Decker. Von der Firma Nanorobot in München. Kann ich bitte Herrn Rau sprechen? Guten Morgen. Tut mir leid. Herr Rau ist nicht da. Und wann kommt er? Wir haben doch um Viertel vor sieben einen Termin. Ach so. Moment bitte. Hallo, Laura. Hallo, Steph. Wie geht's? Super. Du, Laura. Wann ist denn die Party? Party? Ach, du weißt schon. Die Party im P1. Ach, die. Ja, klar. Die ist um 8. Kommst du? Na klar. Hallo, Nina. Geht's dir gut? Super. Und dir? Sehr gut. Du, sag mal, Yoga ist um... Um halb vier. Mit Christian. Mit Christian. Mit Christian. Cool. Danke und tschüss. Wie spät ist das bitte? Zehn Uhr. So spät. Wann ist die Party? Um 8. Und wann kommt er? Um Viertel nach sieben. 1. Entschuldige, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Schere. Ein bisschen langsamer, bitte. Schere. Danke. Bitte. 2. Und das? Wie sagt man auf Deutsch? Komm. Komm. Das ist ein Kamm. Langsamer, bitte. Komm. K-A-M-M. Ah, danke. Bitte. 3. Du, auf Englisch sagt man Brush. Und auf Deutsch? Bürste. 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 Und wie schreibt man das? B-U-R-S-T-E. Bürste. Ah, Bürste. Okay. Danke. Bitte. Und das hier ist es. Mein Büro. Wow, ist das groß. Es ist wirklich cool. 2. Ist der teuer? Der Drucker? Nein. Er kostet nur 49 Euro. 3. Ist das deine Küche? Ja. Sie ist richtig cool. Danke. 4. Wo ist denn der Topf? Hier ist er doch. Bitte. 5. Na, wo ist sie denn? Hier, bitte. Meine Visitenkarte. Vielen Dank. 6. Hast du meine Maus? Ja, hier ist sie. Entschuldige, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Schere. Ein bisschen langsamer, bitte. Schere. Danke. Bitte. Hi, hier ist Mike. Ihr hört die Morning Show auf Radio Digital FM. Und das Thema heute Jobs. Und was braucht ihr so für die Arbeit? Wir haben Sarah am Telefon. Sarah, hallo. Wie geht's? Hallo. Super. Also, ich bin Managerin. Was ich für meine Arbeit brauche? Also, ich habe ein Büro, ein Smartphone, einen Laptop, einen Drucker und Visitenkarten. Und ich brauche ein Auto. Und da ist Emma. Hi. Hi. Ich studiere Psychologie. Für mein Studium brauche ich nicht viel. Ich habe einen Laptop und einen USB-Stick. Und Paul. Herzlich willkommen in der Show. Danke. Ich bin Koch und habe eine Firma. Ich habe eine Küche, einen Herd und Töpfe. Und hier noch Fabio. Hallo, hallo. Ich arbeite als Friseur. Ich brauche nicht viel. Nur eine Schere, einen Kamm und eine Bürste. Hallo, ich heiße Paul Schmidt. Ich buchstabiere mal. Also, S-C-H-M-I-D-T. Ähm. Meine Firma heißt Bio-Bambini. Meine Mobilnummer ist 0151 701 038 56. Okay? Also, das ist die 0151 701 038 56. Meine E-Mail-Adresse ist biop.de. Und meine Webseite ist www.biop.de. Brauchst du ein Smartphone? Ja, ich nehme das Smartphone hier. Herzlich willkommen bei TV-Digital. Heute wieder Ihre Lieblingsdoku direkt aus Berlin. Ein Leben ohne Smartphone? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja geht das denn? Nehmen wir mal Sarah. 6.30 Uhr Ups, guten Morgen Sarah. Ja, Sarahs Tag fängt gut an. Sie steht um halb sieben auf. Sie duscht, sie zieht Jeans und T-Shirt an. 7 Uhr Sie frühstückt und... Klar! Sie checkt ihre SMS und ihre WhatsApp-Nachrichten. Sie checkt Termine und, und, und. 8 Uhr 15 U-Bahn-Wilmersdorfer Straße. Sarah steigt ein und hört Musik. Sehen Sie, alle hören Musik und lesen. Ja, ja, nie ohne mein Smartphone. 8 Uhr 35 Nächster Halt, Potsdamer Platz U-Bahn, Potsdamer Platz. Sarah steigt aus und hört Musik. Und im Büro Multitasking. Computer, Telefon. 18 Uhr Sarah ist bei Biowelt. Sie kauft Lebensmittel ein. Und die Einkaufsliste? Na klar, Sarah hat die Einkaufs-App. 20 Uhr Sarah isst. Und sie telefoniert. Sie ruft Emil an. Tja. 22 Uhr 30 Und sehen Sie, der Tag geht, das Smartphone kommt. Sarah macht das Licht aus und sie macht das Smartphone an. Klavier spielen. Computerspiele spielen. Ins Kino gehen. Tanzen. Freunde treffen. Snowboarden. Im Internet surfen. In Clubs gehen. Fernsehen. Lesen. Freunde einladen. Die Familie besuchen. Einkaufen. Ins Fitnessstudio gehen. Musik hören. Rad fahren. Feiern. In den Park gehen. Was machst du? Wohin gehst du? Ich gehe ins Fitnessstudio. Und ihr? Was macht ihr? Wir gehen in die Stadt. Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen im World Wide Web. Hier ist er wieder. Der Podcast von In Berlin. Und wir sind heute in der Redaktion. Und haben Leserinnen und Leser hier. Lisa, Ben und Evelyn. Hi, wie geht's? Hi, sehr gut. Du, Lisa, sag mal, was machst du so in der Freizeit? Liest du, triffst du Freunde oder lädst du Freunde ein? Also, ich lese gerne. Und ich lade meine Freunde ein. Und am Donnerstag gehen wir immer ins Lettenhaus. Wir feiern und tanzen. Das Lettenhaus ist mein Lieblingsclub. Super. Oh, cool. Hi, Ben. Und du? Was machst du so in der Freizeit? Am Wochenende? Siehst du viel fern? Hi. Am Wochenende bin ich nie zu Hause. Der Samstag ist richtig cool hier in Berlin. Ich treffe Freunde und wir gehen in Konzerte oder ins Theater. Und Evelyn, was machst du? Sport? Fährst du gerne Rad? Ja, ich fahre sehr gerne Rad. Hier in Berlin ist das ja kein Problem. Und ich jogge. Was ist denn dein Lieblingstag, Evelyn? Der Samstag? Nein, nicht so. Der Freitag. Ja, der Freitag ist mein Lieblingstag. Manchmal laden wir Freunde ein. Und wir kochen. Das macht Spaß. Oder wir gehen ins Restaurant. Wir essen Hamburger oder Sushi. Und sehr oft Pizza. Meine Familie liebt Pizza. Okay. Dankeschön. Guten Tag. Wir machen ein Interview für Neon Online. Wie heißt du? Ich heiße Laura. Laura Stark. Hallo. Hallo, Laura. Was sind deine Hobbys? Hm. Ich arbeite viel und habe wenig Freizeit. Also, ich mache viel Sport. Ich gehe in den Park und jogge oder ins Fitnessstudio. Und ich gehe in die Stadt, kaufe ein, treffe Freunde. Danke, Laura. Und wie heißt du? Hi. Ich bin Peter. Okay, Peter. Was sind deine Hobbys? Na ja, Freunde treffen, in die Disco gehen, ins Kino gehen. Danke, Peter. Und ich gehe in den Park. Ein Monat ist kurz. Ein Jahr ist lang. Das Leben ist kurz. Ein super Programm. Cool. Ja, toll. Seht mal, am Samstag. Wir können schwimmen und wandern. Hm? Paul? Oder? Na ja, hoch. Ja, und ihr könnt Aerobik machen und ins Fitnessstudio gehen. Puh, Stress pur. Ach, Paul. Sieh mal. Du kannst Rad fahren und walken. Und Party machen. Du. Pool, Sauna, Terrasse, Party und feiern. Das ist cool. Und was machen wir am Wochenende? Ich weiß noch nicht. Walken? Ja. Wir können auch joggen. Und wir können ins Fitnessstudio gehen. So, in unserem Kurs Stressmanagement kommen wir jetzt zum Thema Freizeit, Hobbys und Wochenende. Ja, was macht ihr denn so am Wochenende? Keine Arbeit, kein Stress, oder? Also ja, bitte. Laura, dein Wochenende? Also, am Samstag stehe ich so um neun Uhr auf. Manchmal auch um zehn. Dann duschen, anziehen. Ja, also normal ist das kein Stress. Und dann frühstücke ich. So richtig gut. Mit Milchkaffee, Croissants, Orangensaft. Hm. Okay, super. Und? Vormittags räume ich auf. Und dann gehe ich in die Stadt. Ich kaufe ein, treffe eine Freundin und wir trinken Kaffee. Und nachmittags? Nachmittags gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Und dann schreibe ich E-Mails und telefoniere. Hm, hm. Ja, und abends sehe ich fern. Und dann treffe ich Freunde. Wir gehen oft ins Kino und dann zu Giovanni Pizza essen. Manchmal lade ich auch Freunde ein und wir kochen. Dann gehen wir in eine Bar. Ins Nachtcafé oder so. Und klar, am Samstag gehen wir immer in einen Club und feiern. Fabio, und dein Wochenende? Wochenende? Wochenende. Der Samstag ist schrecklich. Stress, Stress, Stress. Ich muss einkaufen. Ich muss die Wohnung aufräumen und waschen. Ich muss viele, viele E-Mails schreiben. Und ich muss Texte und Fotos auf Facebook posten. Oh la la. Und der Sonntag? Ach, nur Stress. Ich muss ins Fitnessstudio gehen und ich muss meine Familie besuchen. Dann muss ich Englisch lernen. Kommst du bitte? Es ist schon halb sechs. Gleich. Ich muss noch telefonieren. Du, wir müssen jetzt gehen. Das Kino fängt um sechs an. Okay, ich komme. Wohnst du auf dem Land, Martha? Ja, in Grünow. Wo ist das? Bei Prenzlau. Grünow ist ein Dorf. Ganz klein. Aber wir haben ein Haus, einen Garten, eine Garage und fünf Zimmer. Wir sind eine WG. Eine WG auf dem Land. Cool. Naja, es ist ruhig. Manchmal ist es ein bisschen langweilig. Aber es gibt einen Kindergarten, eine Kirche. Gibt es Geschäfte? Nein, Geschäfte sind in Prenzlau. Da gibt es auch Cafés und Restaurants. Und einen Bahnhof. Das ist toll. Ich fahre gerne nach Berlin. Wo wohnst du? In der Stadt. Aha. Und wie ist das so? Teuer. Stefanie. Hier bist du. Schöne Wohnung. Ich ruf mal an. Stefanie Klein. Hallo Stefanie. Manu hier aus Wien. Weißt du noch? Ja klar. Hallo Manu. Wo bist du denn? In Berlin? Ja. Sag mal Stefanie. Kann ich bei euch schlafen? Geht das? Kein Problem. Wir haben hier eine Drei-Zimmer-Wohnung. Also Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Küche, Bad. Schlafe ich denn nicht auf der Couch? Doch. Klick mal bitte auf die Fotos. Siehst du das Wohnzimmer? Und die Couch, groß und super bequem. Ja cool. Und ein Fernseher mit Flatscreen. Gigantisch. Und die Lampe, der Tisch und der Stuhl da sind ja toll. Danke. Alles aus Italien. Das Bild hier auch. Du, und die Küche? Ich möchte doch für euch kochen. Klar, wir haben alles. Ein Kühlschrank, eine Mikrowelle. Okay, bis gleich. Ich komme dann am Nachmittag. Okay, bis später. Wow, cool. Das Schlafzimmer, das Bett und der Schrank. Alles Design. Und alles teuer. Und dann das Bad. Coole Dusche. Charlottenburg, ich komme. Also, rechts ist das Wohnzimmer mit Balkon. Hier ist deine Couch für heute Nacht. Und da der Fernseher. Hm, das ist schön. Links ist dann das Schlafzimmer. Und hier ist das Bad. Naja, es ist klein. Und baden kannst du hier nicht. Es hat nur eine Dusche. Kein Problem. Ja, und dann noch die Küche. Alles da. Herd, Kühlschrank. Super. Gut, also was machen wir? Was möchtest du in Kreuzberg sehen? Alles. Die Clubs, die Bars. Wo ist denn dein Lieblingsplatz? Auf der Couch. Guten Morgen, Rom. Das Wetter heute? 22 Grad und Sonne. Guten Morgen, Zürich. Das Wetter heute? 16 Grad und Wolken. Guten Morgen, Berlin. Das Wetter heute? 5 Grad und Regen. Guten Morgen, Moskau. Das Wetter heute? Minus 2 Grad und Schnee. Rom. 22 Grad. Es ist sonnig und warm. Wie ist das Wetter am 2. Oktober in Rom? Es ist sonnig und warm. Am 1. Am 2. Am 3. Am 4. Am 5. Am 6. Am 7. Am 8. Am 9. Am 10. Der Morgen. Der Vormittag. Der Mittag. Der Nachmittag. Der Abend. Die Nacht. Das Wetter heute? Im Norden am Vormittag noch kühl. 5 Grad und Regen. Am Nachmittag dann viel Sonne bis 16 Grad. Im Süden am Vormittag sonnig und bis 22 Grad. Auch am Nachmittag warm. Viel Sonne bis 24 Grad. Schmidt. Hallo, Paul. Martha hier. Hallo, Martha. Wie geht's? Gut. Und dir? Super. Wie ist's in Zürich? Alles okay? Ja, eine tolle Stadt. Und Berlin? Wie ist das Wetter? Heute schlecht. Regen, Regen, Regen. Und kühl. Ja, ja, wie immer. Du, ich bin am Samstag wieder da. Hallo und willkommen zu meinem Oktober-Podcast. Ich bin Piero und komme aus Rom. Wir starten mit dem Wetter. Es war gestern schön hier. Es war sonnig und warm. Am Nachmittag war ich mit Fabiana im Park. Fabiana ist meine Freundin. Sie studiert auch in Rom. Hallo, Freunde. Ich bin der Paul. Und hier ist er. Mein Podcast im Oktober. Ich wohne in Berlin. In Mitte. Und mein Hobby ist Sport. Ja, ich jogge jeden Tag. Aber gestern? Nein. Das Wetter war gestern so schlecht. Es hat geregnet. Und es war richtig kühl. Aber heute ist's schön. Heute jogge ich wieder. Klar. Hi. Ich bin die Natascha aus Moskau. Willkommen zu meinem Podcast im Oktober. Fangen wir mit dem Wetter an. Naja. Auch in Moskau gibt es eigentlich nicht mehr viel Schnee. Zu viele Autos und zu viel Industrie. Es ist zu warm. Aber gestern hat es geschneit. Und es war kalt. Ich liebe Schnee. Hallo. Ich heiße Martha und bin jetzt in Zürich auf einem Architektenkongress. Und von hier kommt auch mein Podcast. Das Wetter? Ganz okay. Es war gestern bewölkt. Aber es war nicht kalt. So 16 Grad. Aber ich muss ja arbeiten. Und das Wetter interessiert mich nicht. Wie war denn dein Wochenende, Emma? Ich war in Österreich. Stimmt. Und wie war das Wetter? Kühl. Und es hat geregnet. Oh je. Ich war in Österreich. Und wie war das Wetter? Super. Viel Sonne und es war warm. Eins. Wo bist du geboren? In einem ICE? Ja. Zwei. Geboren? Ich? Also, wir waren auf der Autobahn. Und wo? Zwischen Köln und Düsseldorf. Drei. Ich bin in einem Taxi geboren. Was? Mann, cool. Naja, ich weiß nicht. Ihr Nachname, bitte. Vogt. Und der Vorname? Emma. Das Geburtsdatum ist? Der 23. Januar 1994. 1994. Danke. In? Zürich. Sie sind verheiratet? Nein, ich bin ledig. Und Sie wohnen in Berlin? Ja, in Neukölln. In der Weserstraße. Die Hausnummer? 22. Und die Postleitzahl ist die 12047. 12047. Ja? Ja. Danke. Dann füllen Sie bitte das noch aus und unterschreiben Sie. Okay. Also, Sie kommen aus Zürich. Ja, und ich wohne in Berlin. In Zürich habe ich das Gymnasium besucht. Und da habe ich auch die Matura, äh, also das Abitur gemacht. Haben Sie einen Beruf gelernt? Nein, ich studiere Psychologie. Ah, und Fremdsprachen? Sprechen Sie gut Englisch? Ja, sehr gut. Ich habe fünf Monate in England gelebt und studiert. Gut. Und Französisch? Ich kann auch Französisch und ein bisschen Italienisch. Das habe ich in der Schule gelernt. Und haben Sie Hobbys? Hallo Anna. Sie sind eine Freundin von Rose. Erzählen Sie mal. Rose ist 1980 in Nairobi geboren. Ihre Mutter war Lehrerin. Sie hat von 1968 bis 1988 die St. Mary's Schule in Nairobi besucht. Seit Dezember 1988 ist sie mit ihrer Mutter in Deutschland. Sie wohnen in Berlin. Und dann? Sie hat die Anna-Lind-Schule in Berlin Wedding besucht und hat sehr schnell Deutsch gelernt. Von 1992 bis 2002 hat sie das Gymnasium besucht und Abitur gemacht. Und hat sie studiert? Ja. Von 2002 bis 2005 hat sie Dolmetschen für Englisch, Französisch und Deutsch studiert. Und heute? Sie arbeitet bei Siemens in Berlin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Wie kommst du ins Büro, Emilia? Zu Fuß? Nein, mit dem Auto. Oh, okay. Und du, David? Mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Hallo. Wir machen eine kleine Umfrage zum Thema Verkehrsmittel und Großstädte. Wie ist dein Name? Emma. Und du wohnst in Berlin? Ja, in Berlin-Neukölln. Und was sagst du zu den Verkehrsmitteln hier? Also, U- und S-Bahnen sind super. Die sind schnell und nicht teuer. Man kann auch mit dem Taxi fahren. Das ist bequem, aber sehr teuer. Und dann gibt's noch Straßenbahnen und Busse. Die nehme ich gerne. So sehe ich viel von der Stadt. Okay, danke. Und du heißt? Lee. Hallo, Lee. Ähm, du kommst aus? Aus Thailand. Aus Bangkok. Da lebt auch meine Familie. Ah. Und wie ist es da so mit dem Verkehr und den Verkehrsmitteln? Der Verkehr in Bangkok ist schrecklich. Viele Autos und Staus. Es gibt viele Taxis. Die sind wirklich nicht teuer, aber sehr, sehr langsam. Sehr gut sind der Skytrain und die Metro. Die sind schnell und sehr bequem. Ideal für Bangkok. Busse sind in Bangkok auch sehr billig. Aber so langsam. Und dann gibt's noch die Tuk-Tuks. Die Touristen lieben sie ja. Die sind cool. Billig und schnell. Aufgabe 5 Kommt er? Ja. Mit dem Auto? Ja, ich sehe ihn schon. Hallo, Mario. Bist du mit der U-Bahn da? Ja. Und du? Mit dem Fahrrad. Du, Radfahren in Berlin ist toll. Billig, schnell und gut für die Umwelt. Stimmt. Und ein Auto ist auch viel zu teuer für mich. Autos sind doch schlecht für die Umwelt, oder? Stimmt. Aber Carsharing ist toll. Drive Now oder Car2Go. Und wie geht das? Man kann die Autos mieten. Sie stehen auf der Straße. Alles läuft über die App. Das Auto suchen, das Auto reservieren und bezahlen. Du zahlst 31 Cent pro Minute. Bestimmt auch super für dich. Hallo, Ben. Du, wann ist denn das Meeting in Berlin? Am 20. Mai um 15 Uhr. Ah, okay. Sag mal, und wie kommst du hin? Ich nehme das Flugzeug. Fliegen ist so schnell und billig. Naja, billig, das stimmt. Aber schnell? Ich nehme den ICE. Der ist in drei Stunden in Berlin. Du, mit Air Berlin sind's 45 Minuten. Ja, ja. 45 Minuten im Flugzeug. Und dann eine Stunde mit der U-Bahn zum Flughafen. Eine Stunde warten. Und dann mit dem Taxi in die Stadt. Staus, teuer und Stress. Stimmt schon. Und weißt du, Züge sind gut für die Umwelt. Und man kann lesen und arbeiten. Okay, okay. Also, dann nehmen wir den Zug. Kaufst du die Tickets? Bitte beachten Sie. ICE 173 von Hamburg-Altona nach Wien-Südbahnhof. Abfahrt 8.46 Uhr. Fährt heute von Gleis 1. Autobahn A8 München-Stuttgart. Zwischen Ulm-West und Merklingen. Zwei Kilometer Stau. Guten Tag. Wann fährt der nächste ICE nach München? Moment. Das ist der ICE 11. Der fährt um 9.21 Uhr ab. Gleis 14. Und wann komme ich in München an? Um 15.11 Uhr. Wow, zeig mal. Ist das ein Highway? Ja, man fährt und fährt. Und immer geradeaus. Wo ist denn der Treffpunkt? Da, siehst du? Nee, wo? Da, das Schild. Blau. Blau? Ja, blau und ein weißer Punkt. Und? Next on our sightseeing tour, we will see the castle. Und? Super der Stadtrundgang. Ja, wirklich cool. Und jetzt kommt das Schloss. Hilde, herzlich willkommen in der Show. Dein Stadtrundgang ist berühmt. Erzähl mal. Ja, mein Stadtrundgang beginnt um 20 Uhr. Treffpunkt ist am Kornmarkt. Okay. Und dann? Wir gehen links in die Hauptstraße. Dann rechts über den Marktplatz. Links ist die Heiliggeistkirche. Wir gehen links und dann rechts in die Steingasse. Dann geht's immer geradeaus. Und was ist mit Hexen und Vampiren? Die gibt's. Aber wo? Das ist mein Geheimnis. Kommen Sie einfach mit. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, was kosten denn die Handtaschen hier? Die braune 20 Euro. Und die schwarze hier 10. Zeigen Sie mal. Echt Leder. Top Qualität. Sehen Sie? Ja. Ja, aber der Preis. Okay. Sagen wir 20 für die braune und die schwarze Tasche. Ist das ein Deal? Ich weiß nicht. Und die Schuhe? Welche? Toll. Die alten Mickey-Maus-Hefte. Die habe ich noch nicht. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Die Comic-Hefte hier. Was kosten die? Ein Euro das Stück. Okay. Das sind zwölf Hefte. Ich nehme sie alle. Zehn Euro. Ist das okay? Ja, ja, das passt. Danke. Bitte. Und viel Spaß damit. Tschüss. Wow. Ist das eine Leica? Ja. Eine Leica M2 aus dem Jahre 1958. Und die funktioniert? Jetzt? Ja, sicher. Diese Fotoapparate haben die allerbeste Technik. Sehen Sie das Objektiv hier? Hallo, liebe Leute. Hier ist wieder der Berlin-Blog mit Gästen und Interviews. Und mit Infos und ganz viel Spaß. Heute ist Freitag und das Wochenende kommt. Und da haben wir hier eine Expertin für Flohmärkte im Studio. Hallo, Emma. Wie geht's? Hallo, super. Na ja, Expertin, ich weiß nicht. Doch, doch. Du kennst fast alle Märkte in Berlin, sagst du. Was ist denn dein Lieblingsflohmarkt? Der Flohmarkt am Mauerpark. Der ist cool. Ganz klar. Ja, ja, das haben wir auch schon gehört. 40.000 Besucher an einem Sonntag. Der Wahnsinn. Sag mal, wollen die eigentlich alle auch etwas kaufen? Nein, nein. Viele kommen nur so. Oder sie wollen nur etwas essen und trinken. Ah ja, das gibt's ja auch. Und kann man den Flohmarkt auch am Montag besuchen? Nein, leider nicht. Der Flohmarkt ist nur am Sonntag geöffnet. Ah, das ist wichtig. Und willst du bald wieder auf den Flohmarkt gehen? Ja, klar. Vielleicht am Sonntag. Allein? Mit deinem Freund? Du hast einen Freund, oder? Ja, schon, aber... Aha, dein Freund will also nicht auf den Flohmarkt gehen. Nein, er findet das langweilig. Aber meine Freundin Martha kommt mit. Sag mal, wollen wir am Sonntag auf den Flohmarkt gehen? Hast du Lust? Gute Idee. Und wann? Am Nachmittag. So um drei? Hallo, Ben. Hallo, David. Du, hast du am Sonntag Zeit? Ja, klar. Willst du auf den Flohmarkt gehen? Ja. Du, Nina. Ja? Kannst du am Sonntag? Wollen wir auf den Flohmarkt gehen? Nein, am Sonntag geht es leider nicht. Ich muss... Hallo und willkommen bei unserer Sendung Immer wieder sonntags. Wir bleiben beim Thema Sonntage und Freizeit. Sonntage müssen ja nicht langweilig sein. Man kann viel unternehmen und mit Freunden und Familie Spaß haben. Aber was machen die jungen Leute denn heute wirklich am Sonntag? Wir haben Jan am Telefon. Jan, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Jan, du bist Psychologe, Fitness-Trainer und Personal Coach. Und du triffst viele junge Leute. Erzähl mal, was macht man denn heute so am Sonntag? Nur chillen? Ja, chillen ist schon sehr wichtig. Also, eigentlich schlafen alle sehr lange und gern. Wirklich alle? Ja, ja. Das ist schon normal. Und dann? Familie? Sport? Na ja, Sport machen eigentlich nur wenige. Viele bleiben einfach zu Hause und ziehen fern. Und was ist mit Ausflügen, Essen gehen? Also, Ausflüge mit Familie und so, das machen nur wenige. Ja, ich spreche jetzt von Leuten zwischen 18 und 24. Und ausgehen, das machen die jungen Leute am Freitag oder Samstag. Nur wenige gehen vielleicht am Sonntag mal essen. Also, chillen und zu Hause bleiben. Du, ich muss jetzt bald mal was essen. Wie viel Uhr ist es denn? Erst sieben. Aber ich habe heute nur gefrühstückt. Ich habe richtig Hunger. Ja, klar. Wollen wir essen gehen? Ja, gerne. Und wo? Magst du Fisch? Oder Hamburger? Oder nur einen Salat? Also, ich mag keinen Fisch. Und ich mag auch keinen Hamburger. Heute nicht. Oder Spaghetti, Pizza im La Piazza? Ja, warum nicht? Die Lasagne im La Piazza ist genial. Mmh, komm. Magst du den Fisch? Nein, ich mag keinen Fisch. Guten Abend. Was darf's denn sein? Für mich bitte ein Wasser. Und ich nehme ein Bier, bitte. Gerne. Und zu essen? Einen Salat und die Lasagne, bitte. Der Salat groß oder klein? Klein, bitte. Und für Sie? Eine Pizza Salami, bitte. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, sehr. Danke. Möchten Sie eine Nachspeise oder einen Espresso? Ja, gerne. Einen Espresso, bitte. Nein, danke. Für mich nichts. Hallo, Fabio. Hallo, Tom. Schön, dich zu sehen. Was machst du denn so? Ich studiere jetzt. Und ich jobbe ein bisschen. Ach, komm. Du studierst? Warst du denn nicht bei Microsoft? Doch, ich war im Marketing. Aber der Job war nichts für mich. Hi, Fabio. Wie geht's? Hallo, Christine. Super. Und bei dir? Alles klar? Alles klar. Du, hast du gehört? Der Ben und die Sarah. Nee, was denn? Sie haben jetzt ein Baby. Ein Baby? Echt? Ja, Wahnsinn. Die Sarah doch nicht. Doch, ich weiß es. Denn Sarah ist ja auch im Yoga-Kurs. Hi, Fabio. Hallo, Carla. Du, sag mal, bist du eigentlich noch bei Fitness First? Fitness First? Nein, denn das war viel zu teuer. Und die Leute, uh. Ach ja? Ja, ich bin jetzt bei CleverFit. Ach was. Gehst du ins Studio am Bahnhof oder ins Studio in Neukölln? Neukölln ist ideal für mich. Richtig cool da. Und was zahlst du? 19 Euro im Monat. Und man kann... Hallo, David. Man sieht dich ja gar nicht mehr. Ja, ja. Ich wohne jetzt in München. In München? Cool. Und was macht man da so am Wochenende? Am Wochenende snowboarde ich gerne. Wirklich? Und wo? In Garmisch. Ich nehme den Zug. Hi. Wie heißt du denn? Laura. Und du? Ich bin der Tom. Wohnst du auch in Berlin? Ja. Und wie findest du's? Cool. Du, ich liebe die Stadt. Ich auch. Und? Wo bist du so unterwegs? In Mitte? Ja, schon. Aber mein Lieblingsplatz ist ein Café in Kreuzberg. In Kreuzberg? Echt? Was machst du denn da? Freunde treffen, Kaffee trinken und essen. Wie ist deine neue Wohnung so? Sehr, sehr schön. Und groß? Ja. Wir haben fünf Zimmer. Fünf Zimmer? Wahnsinn. Und was zahlt ihr? Also die Miete... Hi, Ben. Wie geht's? Perfekt. Und bei dir? Alles klar? Ja, sehr gut. Sag mal, und wie war Sylt? Super. Schau mal, ich hab Fotos gemacht. Cool. Ja, das Wetter war ja nicht schlecht. Und der Strand hier, wow. Ja, die Strände auf Sylt sind genial. Ach. Ja, 40 Kilometer Strände, nur Meer, Wind und Sonne. Der Wahnsinn. Und das Wasser? Genial. Man kann schwimmen, surfen, aber ein bisschen kalt... Emilia, hallo. Wie geht's denn? Hi, David. Danke, gut. Komm, wir nehmen den Tisch hier. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Sag mal, warst du nicht im Urlaub? Doch, klar. Wir waren in den Bergen, snowboarden. Hier, ich hab ein paar Fotos auf dem Handy. Zeig. Wow. Wo ist das? In Österreich, Salzburger Land. Cool. Und der Schnee? Na, das siehst du doch. Absolut genial. Und, wie war Berlin so? Gut. Richtig, richtig gut. Hast du Fotos? Klar, hier. Das ist nicht weit vom Hotel. Nicht schlecht. Ja. Und Museen, Sehenswürdigkeiten? Habt ihr viel gesehen? Na ja, es geht. Weißt du, nachts feiern, in ganz Berlin von Club zu Club, mittags erst aufstehen, in Cafés gehen, lange frühstücken. Da kommst du nicht weit. Ihr wart doch gerade im Schwarzwald, oder? Bestimmt schön, im Herbst. Ja, schau mal, das Foto hier. Indian Summer. Fantastisch. Der Wald, die Berge. Und der Schwarzwald hat ja tolle Seen. Ja, und man kann super wandern. Stimmt. Seid ihr denn viel gewandert? Ja, nur. Von Hotel zu Hotel, manchmal zehn, manchmal zwanzig Kilometer am Tag. Oh, nicht schlecht. Hallo, ich heiße Carla. Ich bin vierundzwanzig und komme aus Hamburg. Urlaub? Immer im Winter. Ja, ich liebe den Winter. Kalt und viel Schnee. Ich gehe snowboarden und mache gerne Urlaub in Österreich oder Bayern. Hi, ich bin Tina, 28, und komme aus Dresden. Ich bin ein Sommertyp. Für mich muss es warm sein. Sehr warm und sonnig. Schwimmen und an den Strand gehen, das liebe ich. Im Urlaub fahre ich nach Spanien, Frankreich. Servus, ich bin der Johannes. Ich bin 42 Jahre alt und komme aus Graz. Ich mache gerne Urlaub im Herbst. Wind, ein bisschen Sonne und kühl. Ja, das liebe ich. Meine Frau und ich gehen gerne wandern. Das ist toll im Herbst. Wir waren schon auf Sylt und im Oktober fliegen wir nach Mallorca. Hallo, ich heiße Tim, bin 29 und wohne in Berlin. Ich finde, der Frühling ist super für Urlaub. Im Frühling gibt es schon viel Sonne, aber es ist noch nicht so warm. Meine Freundin und ich lieben Städte. Rom, Wien, Amsterdam, Paris. Ich würde gerne mal nach Paris fahren. Ich auch, denn ich war noch nie in Frankreich. Morgens aufstehen, Stau und Job. Alltag, 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 Alltag. Bürokinder, nur noch Stress. Alltag, 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 Alltag. Abends fernsehen, früh ins Bett. Alltag, 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 Alltag. Ich würde so gern mal nach New York fahren. Ich würde so gern mal nach Hawaii fahren. Nach San Francisco, Mann, da war ich nie. Also, Deutschland hat ja viele Urlaubsorte. Aber ein Ort ist wirklich richtig, richtig schön. Und der heißt? Sylt. Okay. Sag mal, Karin, für unsere Gäste aus dem Ausland, wo liegt denn Sylt? Sylt ist eine Insel. Sie liegt in der Nordsee, im Norden von Deutschland. Genau. Und wie kommt man da hin? Kein Problem. Man kann fliegen. Jeden Tag. Von Frankfurt, Berlin. Oder man fährt mit dem Zug bis Westerland. Du, und was gibt es auf Sylt? Und was kann man da machen? Also, Sylt hat 40 Kilometer Strand. Man kann schwimmen, wandern, windsurfen, segeln und Golf spielen. Es gibt Restaurants und viele, viele Bars, Clubs und Discos. Da kannst du tanzen und feiern. Gut. Und was meinst du? Welche Jahreszeit ist denn ideal? Der Sommer. Klar, dann ist es warm und sonnig. Und es sind viele Touristen auf der Insel. Oder man fährt im Frühling oder Herbst. Sylt ist eigentlich immer wunderschön. Sie sehen die Monate im Herbst und Winter. Welcher fehlt? Januar. Stimmt. Der Januar fehlt. Ein Punkt für dich, Chris. Und die Frage 2. Wo spricht man Deutsch? Sie sehen die Länder. Welches fehlt? Holland. Schweiz. Nein, Holland ist nicht richtig. Die Schweiz fehlt. Ja, in der Deutschschweiz spricht man Deutsch. Der Punkt geht an Max. Frage 3. Es gibt 5 Millionen Städte. In Deutschland und Österreich. Hier sehen Sie die Städte. Welche fehlt? Köln. Ja, Köln ist richtig. Ein Punkt für Max. Und Max gewinnt. Bravo. Ich gratuliere. Hallo, Emilia. Hi, Fabio. Bist du schon lange hier? Nein, nein. Wir sind gerade gekommen. Steffi ist auch da. Und, wie geht's? Gut. Und dir? Sehr gut. Ich war in Urlaub. In Urlaub? Wo denn? Auf Sylt. Mit Emma, Paul und Marta. Und wie war's? Super. Ich liebe Sylt. Und das Wetter? Naja, es geht. Ein bisschen kühl. Aber es hat nicht geregnet. Was habt ihr denn so gemacht? Wir sind an den Strand gegangen und haben Wanderungen gemacht. Wir sind Fahrrad gefahren und haben viel gesehen. Und wir haben gut gegessen und getrunken. Und viel geschlafen. Und abends? Seid ihr in Clubs gegangen? Klar. Es gibt so viele Clubs auf Sylt. Man kann feiern, tanzen, chillen. Aber Sylt ist sehr teuer, oder? Es geht. Wir waren in der Jugendherberge. Aber stimmt. Die Clubs und die Restaurants sind teuer. Wie lange warst du auf Sylt? Eine Woche. Hi Anna. Wollen wir Fahrrad fahren? Hast du Lust? Nein. Ich bin gestern schon Fahrrad gefahren. Du, was kommt heute? Um Viertel nach zwei kommt Tennis. Um fünf nach fünf Fußball. Fußball und um halb elf boxen. Was? Nur Sport? Du, ich muss eine Statistik ergänzen. Hilfst du mir? Moment. So da bin ich. Hm. 35 Prozent sehen gerne was. Das ist doch klar. Fußball? Ja, die Deutschen lieben Fußball. Bundesliga, die Champions League und die Nationalmannschaft. Ja, Fußball ist in Deutschland der Lieblingssport. Und 17 Prozent? Basketball? Nein. Ich glaube, das stimmt nicht. 17 Prozent sehen gern Boxen. Okay, Wladimir Klitschko, das war mal. Aber Boxen ist immer noch sehr beliebt und hat viele Fans. Oje, der Klitschko. Aber man weiß ja nie. Ja, ja. Aber die großen Namen kommen heute aus den USA. Wilder und Martin. Ja, die gefallen mir auch. Und dann ist da noch Tyson Fury aus. Aus England. Ja, echt cool. Und 7 Prozent? Tennis. Das war mal sehr beliebt. Wimbledon, Australian Open. Große Namen. Aber heute, na ja. Ich danke dir. Gerne. Sag mal, gefällt dir die Sportschau? Ja, sehr. Und dir? Mir auch. Sag mal, gefällt dir der Yoga-Kurs? Nein, eigentlich nicht. Und dir? Mir auch nicht. Kann ich dir helfen? Ja. Wo ist heute Step? Im Raum 2. Danke. Gerne. Gefällt dir der Kurs? Ja, sehr. Und was meint dein Freund? Ihm gefällt's auch. Mach die Augen zu. Seid ganz entspannt. Mach die Augen wieder auf. Steht auf. Hebt das Bein. Zuerst links, dann rechts. Legt den Kopf nach rechts, dann nach links. Hebt beide Arme. Atmet langsam ein. Dann wieder aus. Guten Abend. Wir sprechen über Fitness. Und heute ist Jörg bei uns. Jörg ist Chef von EasyFit. Das ist ein Fitnessstudio. Jörg, hallo. Hallo. Ja, ich habe das Fitnessstudio seit zehn Jahren. Wir sind im Zentrum von München, nicht weit von der U-Bahn. Und wie läuft's? Sehr gut. Über tausend Leute machen schon bei uns mit. Wow, das ist viel. Und alle jung? Nein, nein. Bei uns sind jung und alt. Das ist kein Problem. Und was gibt's alles bei EasyFit? Also, wir haben 40 Trainerinnen und Trainer. Es gibt Kurse für Pilates, Step, Thai-Boxen, Yoga. Man kann in die Sauna gehen, das Solarium benutzen. Und wir haben eine große Sonnenterrasse. Und was kostet das? 48 Euro pro Monat. Und man kann jeden Tag kommen. Wir haben von sieben Uhr früh bis abends um neunzehn Uhr geöffnet. Danke, Jörg. Und wie gefällt dir's, Step? Toll. Unsere Trainerin ist klasse. Aha. Alles okay? Geht es Ihnen gut? Nein. Mein Bein tut weh. Geht's dir besser? Ja, schon. Aber ich hab noch Schnupfen. Achschi! Sag mal, wie geht's dir denn? Besser. Aber ich hab noch Husten. Oh je, du hast ja Fieber, mein Kind. Wirklich? Wie viel denn? 39,2. Hm. Du, bleib mal im Bett. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Nein. Nein, gar nicht gut. Mein Bauch tut weh. Ich denke, ich muss zum Arzt gehen. Mein Bein tut weh. Ich habe Schnupfen. Ich habe Husten. Du hast ja Fieber. Mein Bauch tut weh. Wie geht's dir heute? Ach, nicht so gut. Mein Bauch tut weh. Oh je, dann geh zum Arzt. Guten Morgen, Frau Hell. Wie geht es Ihnen? Ach, nicht so gut. Ich habe Fieber und Husten. Seit wann? Seit gestern. Darf ich mal sehen? Öffnen Sie bitte den Mund. Sagen Sie A. Na, das sieht nicht gut aus. Also, Sie müssen Tabletten nehmen. Und Sie müssen viel trinken. Tee oder Wasser. Und leicht essen. Ja gut. Danke. Und darf ich Sport machen? Nein, kein Sport. Kein Stress. Auch Rauchen ist verboten. Und so dürfen Sie auch nicht ins Büro. Ich schreibe Sie krank. Bis Mittwoch. Oje, du bist doch krank. Warst du beim Arzt? Ja, er sagt, ich darf nicht arbeiten. Ich muss im Bett bleiben. A. Hallo, ich bin die Valentina. Und ich bin Pilotin bei Lufthansa. Ich fliege zwischen Frankfurt und Bangkok. Mein Sohn ist erst drei. Das ist wirklich nicht leicht. Das ist oft sogar sehr stressig. Denn ich muss Job und Familie koordinieren. Aber ich habe einen Traumjob. Er ist spannend, sicher. Und ich verdiene viel Geld. B. Hi, ich heiße Bernice. Ich bin Schauspielerin und lebe und arbeite in München. Ein Traumjob? Naja, ich weiß nicht. Traumjob, das glauben viele. Aber Schauspieler haben es sehr, sehr schwer. Die Theater in Deutschland zahlen nicht gut. Also, man verdient wirklich wenig. Da kannst du nicht leben. Und beim Fernsehen und Film brauchst du gute Kontakte. Viele Schauspieler sind arbeitslos. Oder haben nur Minijobs. C. Hallo, mein Name ist Marie. Und ich bin Journalistin bei TV Frankfurt. Afghanistan, Iran, Syrien, die Ukraine. Da arbeite ich und schreibe über die Probleme der Menschen. Ein Traumjob? Ja, ganz sicher. Und wahnsinnig spannend. Und ich arbeite gerne im Team, reise gerne ins Ausland und treffe gerne viele Leute. Und mein Job muss kreativ und interessant sein. Und das ist er hier. Aber eine Familie habe ich nicht. Zum Glück, das geht auch gar nicht. Ich heiße Jens und bin Hausmann. Meine Frau Anna, die arbeitet. Sie ist Managerin. Und sie liebt ihren Job. Denn viel Reisen und Menschen treffen, das ist wichtig für sie. Sie verdient das Geld. Naja, und ich bin eben bei den Kindern. Einkaufen, kochen, bei den Hausaufgaben helfen. Ja, wie kann ich das erklären? Also, ein Traumjob ist das nicht. Und Spaß macht das auch nicht wirklich. Denn man ist sehr viel allein. Aber ich bin doch ganz glücklich. Denn ich habe auch Zeit für mich. Und meine Arbeit ist nützlich. 1. Der Hausmann arbeitet zu Hause. 2. Die Verkäuferin arbeitet im Supermarkt. 3. Der Programmierer arbeitet bei Microsoft. 4. Die Automechanikerin arbeitet in der Werkstatt. 5. Die Fitnesstrainerin arbeitet im Fitnessstudio. Und wie war das Meeting? Ganz gut. Aber wir hatten viel Stress. Und wie war dein Tag? Erzähl mal. Ach, wie immer. Um Viertel vor acht habe ich die Kinder zur Schule gebracht. Und das war's? Nein, nein. Dann bin ich auf den Markt gegangen und habe Obst und Gemüse gekauft. Der Vormittag ist ganz okay. Und ich war dann bald wieder zu Hause und ich habe Kaffee getrunken und die Zeitung gelesen. Um eins, dann wieder zur Schule, die Kinder geholt. Dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich habe das Mittagessen gemacht. Cool. Ein richtiger Hausmann. Und am Nachmittag habe ich den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen. Meike hat Probleme mit Englisch. Die Grammatik, weißt du? Also, wir machen die Übungen, schreiben Diktate. Und da kannst du helfen? Wow. Ja, klar. In der Firma haben wir viel Englisch gesprochen mit den Kunden und den Programmieren. Ja, ja. Ich weiß. Und dann? Habe ich das Abendessen gemacht. So um halb sieben. Meine Frau ist um Viertel vor sieben nach Hause gekommen. Wir haben gegessen. Ja, Herr Fischer, das ist typisch für Burnout. Immer müde, depressiv, kein Spaß mehr an der Arbeit. Und was kann ich tun? Sie müssen ganz viel für sich tun. Spielen Sie mit den Kindern. Machen Sie mehr Sport. Aber ganz entspannt und langsam. Auch beim Sport bitte kein Stress. Okay. Machen Sie einfach mal Ausflüge mit der Familie. Und nehmen Sie eine Auszeit. Eine Auszeit? Ja. Ihre Frau arbeitet doch und verdient. Dann bleiben Sie mal zu Hause bei den Kindern. Relaxen Sie. Vielleicht ein paar Monate und dann sehen wir. Wissen Sie, Burnout, das ist nicht einfach. Und das dauert. Und? Was meint der Doktor? Tja, Burnout, sagt er. Kein Wunder. Nach dem Stress in der Firma. Und das Theater mit der Bank und den Kunden. Naja, das war mal. Zum Glück. Und musst du zum Psychologen? Tabletten nehmen? Nein, nein. Noch nicht. Der Arzt sagt, ich soll mit den Kindern spielen und ich soll mehr Sport machen. Ja, hört sich gut an. Und? Wir sollen Ausflüge mit der Familie machen. Gute Idee. Und ich soll eine Auszeit nehmen. Ja, das finde ich auch. Das ist doch kein Problem. DAK Gesundheitstelefon. Guten Morgen. Hier spricht Dr. Becker. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Hier ist Emilia Kern. Guten Morgen, Frau Kern. Ja, wissen Sie, mein Problem ist, ich bin immer so müde. Hm, ja, das haben wir oft. Trinken Sie denn viel Kaffee? Ja, schon. Also, trinken Sie mal keinen Kaffee. Und machen Sie Sport, Yoga zum Beispiel. Oder laufen Sie? Laufen? Joggen? Ja, das entspannt und tut gut. Und arbeiten Sie nicht so viel. Und Sie können... DAK Gesundheitstelefon. Guten Morgen. Hier spricht Dr. Becker. Was kann ich für Sie tun? Hallo, guten Morgen. Elias Schneider hier. Hallo, Herr Schneider. Also, Herr Doktor, ich habe seit zwei Wochen Schnupfen und Husten. Was kann ich denn tun? Haben Sie Fieber? Ja. Gehen Sie zu Ihrem Arzt? Ja, klar. Mach ich. Und ganz wichtig, trinken Sie viel, bleiben Sie mal im Bett. Aber ich habe gerade so viel zu tun. Arbeiten, studieren. Nein, nein. Bleiben Sie im Bett und schlafen Sie viel. Das ist wirklich wichtig. Du, Tim, mach mal. Hopp, hopp. Sind die Eier fertig? Wo sind denn die Kartoffeln? Und das Gemüse? Sprich mal ins Mikro, Julia. So, wir sind jetzt live. Noch fünf Sekunden. Wollen wir zusammen etwas essen? Ja, gute Idee. Und wann? Vor oder nach dem Chinesisch-Kurs? Nach dem Kurs. Hey, morgen ist der letzte Kurstag. Ja, ich weiß. Das war dann schon A1. Du, wollen wir morgen was machen? Weißt du, alle, auch die Lehrerin. Coole Idee. Nach dem Kurs? So um eins? Ja, klar. Und wo? Vielleicht im Parkcafé? Das ist nicht weit. Ähm, Goethe-Straße, oder? Ja, Goethe-Straße 14. Die haben auch einen Biergarten. Und vielleicht ist es morgen schön. Dann können wir in den Biergarten gehen. Ja, super. Du, weißt du was? Ich schreibe gleich eine E-Mail an den Kurs und lade alle ein. Da kommt mein Bus. Bis morgen. Ich schreibe gleich eine E-Mail an den Kurs. Ich schreibe gleich eine E-Mail an den Kurs. Ja, ich schreibe gleich eine E-Mail an den Kurs. Vielen Dank.